Erster Zweikampf von Castro gegen den jungen 17-jährigen Traumstaat. Einfach blind drauf gegen Roman Weidenfeller, der gute Sicht hat. Ein Mann Mauer, der Ball dreht, klar das sind andere Bälle, schwedelnde Bälle. Kampel zögert kurz und dann der Lohn dafür, dass er es mal versucht hat. Kein Abseits von Obermeyang, der nicht im Abseits steht und dann ist er einfach zu unsicher. Der junge Tochter, mehrfach im Video auch von den BV. Super genommen als Aufsetzer, nicht zu halten. Schnell geschaltet und völlig verdient. Und die drei, nochmal, toller Antritt, dann in den Rücken der nach vorne Richtung Tor laufenden Abwehrspieler. Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020